Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier auf Pandito Gaming. Ich probiere eine neue App, ein neues Spiel und zwar Stickman Parkour. So sieht's aus, ich bin gespannt, ich hab keine Ahnung, was mich erwartet. Multiplayer, nee, ähm, nehmen wir mal das erste, Level 0, keine Ahnung, einfach mal gucken. Also, ich bin richtig gespannt auf diese App. So, Start, was muss ich machen? Nach links. Dann kann ich, aha, okay, kann ich springen. Okay, dann muss ich hier, aha, 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 okay. Das ist so ein bisschen wie Super Mario World. Okay, das war verkehrt, ich glaube, ich muss hier nach unten. Ah, oh, das sieht auf jeden Fall, und was passiert hier? Kann ich, läuft hier eine Zeit? Nee, hier läuft auch keine Zeit, okay. So, ich glaube, hier muss ich mit Anschwung, zack. Warte, ah, das war vielleicht gerade ein Hinweis, was ich hier machen muss. So, dann geht's hier hoch. Ich spring mal vorsichtshalber. Okay, das sah gut aus, hab ich irgendwas verpasst? Nee, gut, war richtig zu springen. Und auch hier wieder ein Jump. Okay, so, hier der Pfeil zeigt mir, geh nach links. Aha. Oh, guck mal, Secret Area gefunden. Geht's nach rechts weiter. Ich will hier rauf. Ah, okay, muss ich gar nicht rauf. Ah, okay. Also, sieht einführungsmäßig schon mal recht an. Oh, 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 da muss man aber schnell... Ich weiß nicht, um Zeit geht's hier nicht, ne? So, würde ich jetzt sagen, um Zeit geht es nicht. Ende. So, Level completed. 15 Sterne. Mhm. Ich mach nochmal. Mal gucken, das muss doch hinzubekommen sein, dass man hier die volle Punktzahl holt. Start. So, okay. Also, ah, da. Nein. Aha, guck mal. Oh Gott, warum mach ich das? So, guck mal. Die hab ich schon mal alle. Achso, genau. Hier musste ich dann runter. So, okay. Ganz wichtig, hier die Sterne zu holen. Und dann natürlich Jump. Nein. Nein. Achso, man fängt dann hier wieder... Ah, okay. Jetzt verstehe ich das. Ein Stern nicht geholt, aber den kriegen wir noch geholt. Oh, guck mal hier. Level 1. Wir sind fantastisch. So, dann hier hoch. Ich jump mal. Okay, war okay. Ich jump auch hier. Dann gibt es hier das geheime Versteck. So, da waren wir schon drin, so wie es aussieht. Gibt es also nichts mehr zu erkunden. Seilbahn runter. Hoppeli, hoppeli, hopp. Laufen, laufen, laufen. Die Dinger kommen hoch. Hier sollte man nicht stehen bleiben. Jump, 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 jump. Achso, jetzt findet man nur die, die man nicht gesammelt hat. Oder wie verstehe ich das? 19 von 20, das ist aber ganz in Ordnung, würde ich sagen. Also, da würde ich jetzt nicht... So, starten wir jetzt direkt auf der nächsten Map? Oder nochmal das Ganze? So, hier hoch. Hopp, hopp. Okay, einen vergessen. Den holen wir uns natürlich nochmal. Oder muss man hier 20 holen? Um weiterzukommen. Muss man vielleicht tatsächlich die 20 holen? Wo habe ich denn den letzten vergessen? Hm. So, zack, no. Und Feuer. Ja, nein. Nicht gut. Das heißt, hier springen wir rein und holen dann am Ende... Nein. Okay. So, das ist der letzte Versuch, diesen Stern zu bekommen. Nieha. So, der Rest war ja Pille-Palle. Hier musste man hoch. So, ich glaube dann hier so... Okay, gibt's keinen Stern. Hier musste ich auch nicht springen. So, hier musste ich dann links rein. Da gab's dann zwei Sterne. Wo habe ich denn vorhin einen Stern vergessen? Gibt's hier sowas wie ein Geheim? Hm. Ich weiß nicht. Wo habe ich den letzten vergessen? Das kann doch nicht sein. Habt ihr irgendwo einen gesehen? Achso. Idee. Also meine Idee war jetzt hier so... Okay, da kommen wir da nicht hin. Dass ich da oben nochmal gucke. Aber gut, da komme ich gar nicht hin. Ja. 18! Komme ich denn jetzt wenigstens damit zu Level 2? Nochmal! Wo sind denn diese... Habe ich... Achso, das ist jetzt das nächste Level. Okay. Toll, jetzt kriege ich den schon gar nicht mehr. Doch. Kriege ich noch. Ah, das ist ja mal hier. Oh, oh, oh. Wow! So ein Sägeblatt ist natürlich... Damit sollte man nichts scherzen. Nein, jetzt kriege ich den letzten hier nicht. Okay. Ich renne lachend in die Kreissäge. Nur um diesen einen Stern gleich nochmal zu bekommen. Achso, jetzt geht es hier an einer anderen Stelle weiter. Wie soll das denn funktionieren? So, wir geben Gas. Wir geben Gas. Wir rennen. Wir rennen. Wir rennen. So, einfach nochmal probieren. Müssen wir, ja? Keine Ahnung. Also, wir rennen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich den Stern jetzt noch bekomme. Ja. Oh, guck mal. Gut reagiert. Nein! 3, 2 vergessen. Egal. Oh, 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 oh. Das Sägeblatt rennt los. Habt ihr das gesehen? Uh. Ah, jetzt sind wir hier. Okay. So, die Frage ist natürlich... So, wir... So, wir... Ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt hier machen muss. Ist das so richtig? Und ich muss jetzt hier... Nee. Wow. Oh, ach so. Ah, 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 ah. Okay, das war nur... Okay, und jetzt? Ah, guck mal. Oh Gott, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Hier hoch. Zack, zack, zack. Und... Ah, ja. Nein! Verdammt, da hab ich gleich 3 Dings übersehen. Ende. 16. Nochmal. Also, nochmal das Ganze. So, start. Run. Boah. Haha, wie eben. Den ersten Stern. Wie viel hab ich eben geholt? Ah, zweimal drücken. Ach so, Mensch. Okay, jetzt hab ich hier... So, laufen. Sterne mitnehmen. Zack, zack. War nicht so gut. Und... Oh. Also, werden hier auch wieder nicht alle Sterne haben. Und end. Hilf. Ob das jetzt gut war? Ich weiß es nicht. So, nochmal das Ganze. Ich weiß gar nicht im Level... Welchen Level... Ah, nächstes Level. Okay. So, und jetzt? Haha. Okay. Hahaha, ne? Okay. Nein! Oh, verdammt. Aber... Ah, ne, doch nicht. Okay. Ich hab gedacht, ich könnte hier... Okay, komm ich nicht nochmal zurück. So, komm ich hier irgendwo nach unten? Oder sind das die, die ich schon verpasst hab? Nein! Wow. So, wir wollen hier auf jeden Fall durchkommen. Wie kommt man da rein? Okay. Nein! Äh. So, erstmal die Map angucken, bevor wir sie nochmal spielen. Oh, nein! Haha. Ja, okay. Was ist das denn? Ach so. Und lauf! Ah, hier war ich ja eben schon. Ich hab's zwar gedrückt, ich probier's nochmal. Einmal machen wir noch hier. Einmal noch, komm. Wieso, wieso? Die Musik ändert auch irgendwann. Die ist am Anfang immer so episch. So, was passierte hier jetzt? Genau, da... So. Ah, oh, immerhin eingeholt. Wow. Okay, das schafft man ganz easy. Nein! Nein! Nein, komm! Komm! Ja, und... Stark! Super! So. Okay. Genau, die hatte ich ja eben... Nein! No! Nein! No! Verdammt, man kommt da ja gar nicht so einfach wieder hoch. Gar nicht so einfach. Nein! Wow, das war gut. Hier bin ich eben gar nicht weitergekommen, ne? Ach so, jetzt verstehe ich, ich dachte, die fliegen hier einfach wild rum. Nein! No! No, 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 no! No! Einmal noch! So, nochmal das ganze. Run! Auf geht's! Zack, zack, nein Okay, wir lassen uns so rutschen Und hoch So, am Anfang haben wir alle Hier geht's runter, das wissen wir schon Hä, warum? Ich bin noch normal gelaufen Und zack, oh, wieder nur ein Also man muss Man muss da perfekt abspringen Man muss nicht immer überhasten So, hier fällt man gleich runter Gut, hier kommt man trotzdem noch hin So Okay, zack Wie viel haben wir bisher? Ich glaube 2 oder 3 habe ich erst Habe ich bisher nicht, ne? Nein Ich wollte taktieren Nein Okay, immerhin ein Und jump Ja So, dann kommt gleich noch Was kommt jetzt? Okay Die Kreissägen Zwei Herzen habe ich noch Was kam jetzt? Nein Aber, oh, ich habe es geschafft Jepa 26 Und schauen wir mal Was ich denn da habe So Stickmann Parcours Okay, da wollen wir nicht hin Ich wollte gucken So, aha Guck mal Wir waren jetzt schon bei Level 3 26 von 20 Haha Was? Ne, Level 2 Bei Level 2 habe ich 26 von 20 geholt Kann ja nicht sein, ne? Kann ja nicht sein Oder? Ja Ähm Auf jeden Fall Richtig nice Für zwischendurch Zum Abschalten Auf jeden Fall mal Richtig cool Stickmann Parcours Gerade runtergeladen Auf so einem Google Play Store Wenn es euch gefallen hat Wenn ihr mehr wollt Schreibt es mir in die Kommentare Dann lasst mir ein Like Würde mich riesig freuen Bis zum nächsten Mal Ciao, tschüss Und auf Wiedersehen